Ich habe ein Paket bekommen und ich bin gespannt. Das Paket kommt von einem der Hochzeitsdienstleister. Ich weiß nicht, wer es ist und ich bin nicht gespannt, ob ihr es vielleicht erraten könnt, welcher Hochzeitsdienstleister hier einige Examples gemacht hat und ein bisschen vorgestellt hat, was er oder sie eigentlich macht in der Hochzeitsbranche. Also, lasst uns mal reingucken. So, Deckel weg. Ja, okay. Puh, wo fange ich an? Ich habe hier irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich zeige es euch mal. Ja, hier habe ich gleich. Deko, so ein Päckchen, Schere, Pflaster, Deo sehe ich hier, Sicherheitsnadel und Feuerzeug. Das heißt doch immer, man soll Kindern kein Feuerzeug geben. Warum kriege ich schon Feuerzeug gesandt? Was ist denn da los? Okay, na, also ich lasse es mal so stehen. Dann habe ich hier Braut und Bräutigam. Aber warum? Ja, vielleicht, weil es um Hochzeitsdienst geht. Kann ja sein. Okay, oh, die Braut, die hat sich schon verabschiedet vom Rest. Und dann haben wir hier noch, was ist das eigentlich? Jetzt will ich mal, ich zeige es euch mal. Das ist wahrscheinlich, ah, mein Planer. Okay, diese Woche wichtig, Montag. Alle Dienstleister kontaktieren. Finale Absprachen für Hochzeit von Anne und Tim. Okay. Dienstag, Location, Golfclubanlage. Donnerstag, Deko und Sachen vorbereiten für Samstag. Hm, ich habe eine Idee, wer es sein könnte. Okay, dann haben wir hier noch ein Handy. Geil, ich finde ein neues Handy. Samsung, das ist so geil. Aber ich habe ein iPhone, ich will gar keinen Samsung mehr. Aber ist egal. Ich nehme auch das Samsung. Okay, puh. Ja, also ganz ehrlich, ich hoffe, ihr seid darauf gekommen, wer das sein könnte. Ich glaube, ich mache euch einen kleinen Tipp. Es ist jemand, der was mit Hochzeitsplanung zu tun hat. Der sich auf Hochzeitsplanung spezialisiert. Und ich verrate euch, wer es ist, wem ich euch jetzt vorstelle. Es ist Jasmine von White Jasmine Weddings. Hochzeitsplanerin im Raum Stuttgart. Und die begleite ich. Und ich zeige euch in der nächsten Woche, wie es da aussieht. Und dass wir wahrscheinlich viel erleben werden zusammen. Also, entscheidet ein.